Eigentlich sollte er sich die ganze Zeit bewegen, aber tut's nicht. Vielleicht, weil es ein bisschen zu dunkel für ihn ist. Siehste? Das ist... So, Moment, aber... So, hier. So, das würde dann ungefähr... Moment, er kriegt's, glaub ich, grad nicht so richtig hin. Doch, da ist er! Da muss ich nur noch das hier wegmachen. Und da würde man halt sowas sehen. Da hätte man dann so bei Wind Waker einen kleinen Link. Und der bewegt sich dann, je nachdem, wie ich rede oder wie ich meinen Kopf bewege, der macht meine Kopf- und Augenbewegungen nach. Das ist cool. Das funktioniert mit Gesichtserkennung. Nichtserkennung. Dann hätte man so... Man könnte halt sagen, äh, Toon Link Plays Wind Waker HD. Moment, ich wähl mal den richtigen aus. Ach nee, der hat den dummen Hintergrund, wo alles grün weggemacht wird. Ich könnte natürlich auch... Mimikyu! Mimikyu! Mimikyu sagt ja nicht wirklich viel. Ja. Gut. Er sieht aber so terpy aus. Ja, ich weiß. Aber das wäre halt dann mal so eine Idee, so einen Link dazu haben. Ja, hallo. Also das war meine Idee, dass ich das mache, ey. Ich will aber Keanu sehen. Nein, das wird nicht passieren. Kannst du vergessen. Vor allem die Webcam, das ist eine ziemlich alte und das sieht nicht gut aus. Es ist überhaupt ein Wunder, dass mein Gesicht jetzt gerade erkannt wird. Denn es ist saudunkel hier und die braucht ja Gesichtserkennung. Deshalb werde ich mir noch irgendwie was überlegen. Was natürlich auch geht, und da lache ich mich jedes Mal drüber kaputt, ey. Wir haben hier noch viel mehr Gesichter, wie zum Beispiel, da, Mr. Toast. Äh, Mr. Hamburger meine ich. mmhmmmm. mit der perfekste Yooka-Lay-Lay-Lay-Lay, pass. Yooka-Lay-Lay-Lay. Che fas Caricer Andrew Já väldigt strašt comer. Oh, krass. Oh, Mann, ey. Das ist so... Jetzt erkennt er mich irgendwie gerade nicht mehr richtig. Ja, er erkennt mich nicht mehr. Doch, jetzt! Ja! Was haben wir sonst noch hier? Er ist einfach der Beste, ey. Wie er guckt, er ist so ein Schacki-die-Mörder-Puppe. Damit kann man so einen Verrückten nachmachen. Oh Gott, das ist so neimlich. Dodo hat Angst. Haben wir hier einen Vogel oder sowas? Äh... Ein Vogel sieht nicht so aus. Nein. Doch, wir haben hier einen Vogel! So stelle ich mir Dodo vor. Eine richtige Eule. Eine richtige Eule, genau. Jetzt zeige ich euch mal eine richtige Eule. Oder was haben wir noch hier? Ein Truthahn! Truthahn! Yay! Ach, das macht so'n Spaß, ey. Und ich hab mir gedacht, dass ich das vielleicht mal nutze, um auf Omegle zu gehen. Und da ein bisschen schabernackt mit den Leuten zu treiben. Er hier könnte das, äh, aus Star Wars sein. Dieser Akbar. Aus Star Wars, hm? Ja, dieser Alua-Akbar-Typ. Ach, nicht Alua-Akbar. Hier ist The Trap. So, noch einen. Man kann hier natürlich auch Anime-Figuren sich aussuchen. Oh, ja. Genau, der. Let's make America great again! Der Präsident, der ist persönlich. Der hat so Gesicht zu gucken. Und jetzt guckt er wieder ganz ernst. Ja. Oh Mann, ey. Scheiße. In der Fall. Jetzt kommt's aus dem Lachfeld nicht mehr raus. Oh, wie noch? Zum Schluss. Kleiner dicker Hund. So, da. Schlüssel. Ich find den voll niedlich. Äh. Oh Mann, ey. Na gut, aber ich würde, denk ich mal, an der Stelle den Stream jetzt auch beenden. Hm. Äh.